Hi YouTube, was geht ab? Es gibt mal wieder Mario Kart. Die Stimmung ist ein bisschen brenzlig, weil das ist der vierte Termin für diese Aufnahme. Danken Micky. Micky ist übrigens schwerer zu erreichen als Mr. World Wide Football himself, Alter. Ach, Digga, scheiß auf euch alle, wirklich. Ganz ehrlich, scheiß auf die Vorstellung. Die üblichen Verdächtigen sind dabei. Uwe leider nicht, der ist im Urlaub, ein paar Geschäfte machen. Die richtige Reihenfolge ist in der Beschreibung verlinkt, wie immer. Und ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. Aber man darf nicht vergessen, auch wenn Uwe nicht dabei ist, fährt er auf einem schlechteren Kart, Alter. Das ist das richtig. Ey Kevin, wenn du willst für deine Folge, könnten wir auch nur auf Englisch reden, dass du uns besser verstehst. Können wir das mal machen, eine englische Folge? Is no problem, bro. Digga, das wäre so witzig, ich kann so schlecht Englisch. Boah, das wäre geil. Bei 20.000 Likes, 20.000 Likes und wir machen es. Und das Ding ist auch, Zwiebelsohn ist auch dabei. Bro, warum? Bei drei Likes Kree esse ich meine Scheiße. Die Kree. Das waren die besten Zeiten, Digga. Da war die Welt noch in Ordnung, Junge. Warte, warte, das ging so, das ging so so. Bei drei Likes Kree. So, Sascha, 30 Euro direkt rein in die Masse. Ey! 30 Euro. Oh, was hast du gesagt, Carsten, was hast du gesagt? Nix, Digga. Nee, ich bin traurig, Digga. Ich verlasse die Gruppe. Carsten, wollen wir beide eine Wette machen? Oder wir beide? Bin gebrochen. Okay. Nein, Carsten, komm, geh mal rein in die Wette jetzt. Nee, nee, nee. Carsten, bitte, bitte. Ja, okay. Okay, um Zwanni? Ja. Um Zwanni. Es ist heute ein entspannter Samstag. Ein paar entspannte Samstagswetten. Ja, die Karte freuen sich, Alter. Natürlich. Schön bei 30 Grad, Digga. Mit dem Macbook auf der Terrasse. Ah! Wie läuft's mit der Allergie? Ach, scheiß auf euch, wirklich. Micky wollte extra als erstes aufnehmen, nachdem er dreimal abgesagt hat, wegen der Katzenallergie. Ey, Junge. So stark. Also es gibt einfach doch Karma. Existiert. Oh, das ist so schön, Alter. Das ist so schön. Ja, Digga, was tue ich hier? Diesen Muckkartenverdäckchen. Lass dich die Banane schmecken, Männer. Autonution. Ja, das war's komplett bei mir. Alter, du bist aber auch wirklich geradeaus reingekommen. Oh, Mann, ich war gegen so einen Karton. Aua. Dumm von dir, Sascha. Ehrlich, dumm. Sascha, ich lass dir mal die Banane hier. Viel Spaß. Ja, danke dir. Kein Ding. Auf, ich's vergangs. Ey. Ach, Mann. Oh, Mann. Girl, es tut mir leid. Girl, ich würde dich alles tun. Sag mir doch Bescheid. Oh, wir haben alle andere Lyrics. Ja, anscheinend gibt's den Song mehrmals mit verschiedenen. Gut. Ich bin raus. Michi hat wahrscheinlich so eine Version aus 1970 gesungen. Naja, da waren nämlich schon 50, Alter. Aus seiner Jugend. Aus seiner Jugend. Back in the days. Bin ich hier eigentlich aktuell gerade der Älteste? Ähm. Doch, nicht. Wie hier bist du? 38? What? 28. 38. Nee, Carsten, Carsten. Bin, äh, schon, äh, Ding, Nuclear Street. 30er-Bomb. Tot 1 vor Triple, Alter. Ey, Bruder übertreibend. Also hoffentlich nicht. So mein ich das nicht. Oh, was ist das passiert? Oh mein Gott, sorry. Sorry, komplett gejigs. Ich hab dreimal auf den Tisch geklopft für dich, Carsten. Walla, wird 100. Wer man heutzutage einfach auch die negative Promo als positive Promo sieht, Alter, ekelhaft. Digga, Promo ist Promo. Oh mein Gott, was eine Scheißrunde. Das fängt schon wieder so beschissen an. Oh, super, Danny. Digga, Danny, was war denn da los? Ja, ich hab das neue Skat für. Ich hab so ein Raketenauto, also absoluter Dock. Ja, wahrscheinlich ein neues Skat, oder? Der ist so. Bruder, wer schnaupt denn da so heftig? Junge, Mickey, es ist so widerlich, Alter. Digga, Jungs, ich hab ne Katzenallergie. Was wollt ihr von hier? Damit die Leute in den Kommentaren schreiben, oh, Mickey, korrekt, dass du trotzdem durchgezogen hast. Okay, okay, wollt ihr gar... Okay, warte, warte. Mickey Ehre, Mann. Ist da nicht jemand drinne? Bei uns? Warte mal, da sind sechs Leute drin. Wer ist das? Irgendwer ist random gejoined. Wer ist diese Frau? Bro, Mickey spielt auf Nix Account und Nix hat save so 40 Fangirls geedit. Wer ist das? Mieser, du kleine Ver... Ja. Melissa, Melissa, hä? Was machen wir? Gehen wir raus oder machen? Was machen wir jetzt, Jungs? Ne, wir spielen das mit Mieser. Wir spielen das mit Mieser ne Runde. Ey, mein Controller, Mann, hallo! Okay, Mieser, das ist Uwe's... Hör mal zu. Das ist Uwe's Stand. Du kleine Sch***. Okay, dritte Runde, let's go. Wir haben jetzt ein Stand-In. Ey, mein Controller ist ein dicker Hurensohn, Mann. Ey, Jungs, ich kann nicht fahren. Uwe ist mit einem zweiten Account nachgejoint, um abzufangen. Ich finde es auch gut, dass in keinem Format auf meinem Gaming-Channel gibt es so viele Beleidigungen wie bei Mario Kart, aber Mario Kart hat mit Abstand die beste CPM, Alter. Das macht gar keinen Sinn. Controller-Dicker-Hurensohn mit Mickey. Oha. Okay, Danny, das weiß ich jetzt auch nicht, ob du gleich direkt so übertreiben musst von niemandem Fluss 1 zum Bang & Jogger ausgauern. Scheiß drauf, Digga. So. Sascha. Mein Bester. Wir beide. Ich kann keine Wette eingeben, mein Controller ist am Arsch. Ja, okay, dann machen wir gerade zwölf. Komm, Carsten, wir beide. Nochmal einen Zwanny. Ich hab dir gerade einen Zwanny abgenommen, hast du gar nicht mitbekommen. Nö, hab ich gar nicht mitbekommen. Dann machen wir jetzt einfach nochmal. Alter, ich fahr wieder letzte Mensch wirklich. Wieder letzte Mensch. Wo sind sie die Gutverdiener, Chat? Wir kommen nicht mal mit, wenn sie in Zwanny verlieren. Bruder, wir streamen nicht. Es gibt keinen Chat. Doch, es gibt immer einen Chat. Der Chat ist immer da. Boah, ich fahr schon wieder wie so ein Hundesohn. Das ist so respektlos, Sascha. So respektlos wirklich. Was denn? Was denn? Oh, oh, oh. Carsten, wo bist du? Zweiten. Ah, okay. Ja, perfekt. Du bist vor mir, top. Das Ding ist over. Das ist over. It's never over. Day is over. Macht ihr jetzt schon die englische Folge? Ja, wir werden dann auf deinem Channel, ne? Ja, Real Rap. Würdest du lustig hören? Ey, ähm, mich würde es wirklich interessieren, ob die Zuschauer Bock haben mal, dass wir nächste Woche einen 3 und 3 machen, wenn Uwe wieder da ist. Weil da hätte ich persönlich übertrieben krank Bock drauf. Dass wir vielleicht mal einen kleinen 3 vs. 3 Cup machen und Gewinnerteam bekommt money vom anderen oder so. Wir können das ja doch mal in der Gruppe besprechen, da ich dann auf jeden Fall nicht drauf angehe. Ja. Oder wie Hellsolution meinte, wir machen halt im Notfall ein 3 vs. 2 einfach. Fand ich auch stark. Ey, Miesa ist immer vor mir, ich bin so gebrochen. Digga, Kacke, verpiss dich, Alter. Ey, das kann ich... Miesa, bitte geh raus, bitte. Skylar, weg von der Switch. Ey, ich war so dumm. Oh, was? Meine Bombe reingefahren, du Idiot. Ja, ich hab die mit einem grünen Achi abgeschossen. Mit einem grünen Achi? Was nicht? Ey, Mann! Ja. Ey, hat jemand eine blaue? Schnell, 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 eine blaue Huffe, Karsten, eine blaue Huffe, Karsten. Hab ich, hab ich, hab ich, ja. Ja, aber schneller. Ah, zu spät. Mann, ey, das ist so eine schlimme Sache. Elontrix plus 40, Papa-Platte, plus 0. Das ist das Schlimmste, Karte, ich wusste mal am nächsten Mal. Ey, Zinzermann, Alter, verfickte Scheiße, mieser Haus aus dem fucking Lobby, Mann. Warum gibt's dir kein Voice-Chat? Oh, mein Gott. Den Talk zwischen der Runde mussten wir leider cutten, da gab's technische Aufnahmeschwierigkeiten. Er hat überhaupt Baby-Park genommen. Ich war das selber. Ich war das selber. Du willst ja Baby-Park, okay, perfekt. So, Baby-Park, ich seh mich jetzt mit Solution um den Swamy. Okay, ja, aber ist doch free, weil das Kart so schlecht ist, muss ich erwähnen, das ist free. Äh, fährst du eigentlich ein schlechteres Kart jetzt? Ja, ja, ja. Das würde mich spontan interessieren. Ich glaub, Uwe auch, Digga, obwohl er nicht dabei ist. Mann, Jungs, Alter, das fängt schon wieder richtig beschissen an hier. Oh, hier kann ich vielleicht sogar gewinnen. Das hier ist ja Lack. Da ist er. Oh, Evan. Fiss nicht. Jetzt geht's wieder um Geld, ich bin wieder Erster, man kennt ihn. Die ganze Zeit, siebte und fünfte. Ah, mieser. Hier, zum Wischen, dass wir schmecken. Ey, das ist vorbei mit mir. Ah, komm, scheiße. Zack, zack, zack. Wohl. Ja, Kevin. Oh, ich bin der Erste. Oh, warum krieg ich die Blaue? Oh, ist das gut? Ist das gut? Hä, das stimmt. Ich war Erster und Kevin kriegt die Blaue. Digga, was ein Bullshit. Ich glaub, weil du kurz noch Erster warst, wo die losgeschickt wurde. Ja, so eine Richtige Scheiße schon wieder. Ja, die Rakete von euch. Oh. Och, Digga, meine Scheiße. Bruder, was hier abgeht, man, es ist einfach nur Gangbang. Solution, bist du auf den ersten Solution? Ach, Mann. Bitte lass mich. Oh, ich hab eine Kunde. Den 20er dann bitte einzahlen, den Sub-Bombs brauch ich. Auch für meine Schäden. Mann! Oh, ja, wichtig. Och, Jungs. Oh. Ey, Digga, ich bin gefickt. Ich bin gefickt. Letzte Runde, oder? Das ist so leid. Oh, mein Gott. Oh, Mann, ey. Ist ein Witz, ist ein Witz. Ist ein Witz. Die Schlecke ist ein ganz großer Witz. Mann, ich verliere nur Geld. Was eine beschissene Folge, Digga. Ey, das ist der vierte Aufnahmetermin und ich verliere nur Geld. Wichtig. Ich bin die ganze Zeit fünfter und sechster. Und dann fangen wir, wenn ich Erster, wo es ums Fanny geht. Moin Meister. All right, letzte Folge, letzte Runde, meine ich. Carsten, wir beide. Ja, bitte. Um einen 40er. Aha, du bist schon 40 in den Miesen, das weißt du. Ja, und ich hol die jetzt wieder raus. Okay. Ey, Kevin, ich bin dafür, dass du einfach... Ich bin dafür, dass du in eine random Mette mit Mieser gehst, Alter. Man muss auch einen Big Show rausgauen. An Mieser, die random hier dabei ist. Ich glaube, Mieser fährt auch mit einem schlechteren Kart, Digga. Miesers Folge ist die letzte heute. Ich schaue da auf jeden Fall vorbei, ist verlinkt. Geil. Ach, das ist... Ja, das ist... Ja, scheiße, auch vorbei. Ey, Mieser drückt mir auch eine rote, ne? Die fuck mich so. Digga, wir haben einfach Stream-Sniper gerade, ohne zu streamen. Check dir das. Ja, Thema war, wie das möglich war, weil du bei einem anderen Setup bist. Ja, weil Micky bei Niek streamt und wahrscheinlich ist das eine Freundin von Niek, die sich jetzt auch so spontan dachte, hey, ich zock jetzt mal eine Runde mit. Ich zock eine Runde mit. Mit dem Käsebrötchen in der Hand, Alter. Digga, die ist so mit dem Käsebrötchen am Start. Meint ihr sie anders? Ja, natürlich. Nein, Alter, niemals. Brauchen sie noch nicht blöd, Digga. Ich glaube schon... Oh, mein Gott. Ey, Jungs, das ist so voll vom Quark. Digga, Junge, was ist das denn, Digga? Alter, Bro, ich bin so gut gefahren bis jetzt. Nein, ich mag nicht, Carsten. Das ist nie das erste Mal, dass Carsten das hört. Sorry, der weiß drüber, der weiß drüber. Sorry, der weiß nicht, Digga. Also das erste Mal habe ich es gehört, als ich bei deiner Mom das erste Mal Arsch wollte, Digga. Okay, er hat eine Momkarte gebracht. This is over. GG an Carsten. Der klassische Mom-Gag. Der durfte nicht wählen. Den habe ich dann schon noch überzeugt, Digga. Kein Problem. Ach, Digga, scheißt auf euch alle. Ach, Digga, ich werde hier so abgefuckt. Die Nuttengesichter, Alter. Nein! Ey, Mann. Mann! Ja! Oh, mein Gott, Kevin. So, lol. Zehn Blitze. Mieser wird erster. Ich kann es nicht. Ja, du hast es. Bruder, aber ich war wirklich einen Millimeter hinter dir. Ey, Mieser. Ey, Mieser, wenn du das hörst, Alter. GG zu deinem ersten Platz. Mieser, Digga. Mieser ist so nervig einfach. Ja, Freunde, geiles YouTube-Video. Holy shit. Mickis-Folge ist leider irgendwie abhandengegangen. Die konnten wir leider nicht verlinken. Schade, schade. Na, ist Spaß. Ich glaube, ganz toll ist Beat. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst uns noch oben da. Und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Glückwunsch an Mieser für einen stabilen Sechsten. Ciao. Lasst uns gut gehen. Kuss.